Wunderbar so machte. Und deswegen habe ich auch gerade einen Missionsnamen rausgesucht, aber... Weißer. Geht's weiter. Weiter geht's. Und bitte immer einen gesunden Abstand einhalten, okay? Ja, wir haben nur noch 250 Meter. Hier gibt's keinen gesunden Abstand mehr. Hier gibt's gleich entweder ein dauerfreuer Abenteuer oder sonst nicht was. Was, bloß 250 Meter? Naja, 15 noch. Ja, dann haben die uns auf jeden Fall gehört, wenn da welche sind. Ja, oh gut. Wir waren 500 Meter davon weg. Ich hab da gesagt, mindestens ein Kilometer. Da kann man ja noch ein bisschen Sicherheitszuschlag aufpacken. Da hast du rechts unter mich versetzt. Oh. 60. 50. 40. 30. Ja, Laufrichtung. Oh, hier ist es. 12. 12. Doch, komm mal hier hoch, wo ich bin. Da mitten auf einer Lichtung, ey. 004, 106. Hier ist es doch. Okay. So, hier in dem Einzelt liegen schon alleine neun AS50. Ja gut, wir können ja noch öfter hierher kommen. Hier liegen nochmal 10. 49 AS50, äh, M107 Magazine, ne Leute. Hast du hier auch irgendwo 1180 entdeckt? Ne. Naja, das haben die ja alles gedubelt bis zum... Naja, klar. Geht nicht mehr. Aber gut, wir plundern ja nur. Die merken das wahrscheinlich nicht mehr. Hier, in einem Zelt. 48 Gilles, ey. Ja, packt ihr auf jeden Fall 2-3 in den Rucksack, die können wir dann... 1. Mit ner DMR konnte ich durch Night Vision gucken, ne? Ja, packt ein, macht nix. Kann nicht schaden, wir packen das in LKW. Ja, manche Zelte sind auch leer. Ja, so, aber... Ja, die haben hier nur 29 Gilles, ey. Hier, 31 Gilles. Aber die haben ja immer so AS50 und Gilles so, ne, aber... Oh, braucht jemand noch ne Map? Hier ist Soldier Closing drin, habt ihr gehört? Was ist da drin? Soldier Closing. Ja, nimm doch mal mit. Und ein Rangefinder ist hier unten drin, kannst du rausnehmen noch, wenn. Ja, den Rangefinder bräuchte ich, bitte. Ja, packst du da einfach den Bino-Colar dafür weg. Wo ist denn hier? Da unten. Da, wo er... Ja, ich komm schon. Hab schon, hab schon, hab schon, ich bin schon da. Ja, da hast du... Ja, das ist ja ein scheißegal, die haben das alles hier doppelt. Kannst du nur platt fahren. Ja, wollen wir die jetzt platt fahren? Ja. Nein, lass doch bestehen, lass doch da. Wir können ja hier immer wieder herkommen. Verrecken sind wir schon so gut wie ausgerüstet. Ja, gut, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber... Ja, ist ja recht. Scheiße, ja, wenn wir die platt fahren, dann machen die irgendwo anders in Höhe ist, ne? Haben wir's lieber in der Nähe, fertig. So, also ich wäre dafür wieder abzuhauen. Ja, ich bin auch fertig. Keine 11 M80 zu finden, ne. Gut, dann... Ab zu den LKWs, oder was? Ja. Okay. Zu dunkel. Weit wischen. Ähm, Lefty, auf dem... ... Server da, wo ihr die Traktoren stehen habt. Ja. Da müsste doch noch mal L85 sein, oder? Ja, eigentlich schon. Boah, die Nahten dazu, die hab ich glaub ich auch noch. War ja auch 3-3-3, ne? Ja. Warum spielte wir eigentlich nicht dort weiter? Oh, Rangefinder ist ja wohl geil. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich? Ach, da ist schon einer. Dann lauf ich jetzt bei dem mit. Okay, anprobiert. Schaut's? Steht's mir? Oh, korrekt, ey. Sag mal. Ach so, das ist die aus. Ein normaler aus Arma. Der ist aber tipptopp getarnt, ey. So, hat der noch einen Schwatter? Der überhaupt nicht. Schwatter auch noch. Ja, das ist der Breitling, Alter. Die ist aber 100 pro reingehackt. Gibt's nicht hier im Spiel. Okay. Was denn für eine? Aber der hab ich noch nie gesehen. Es geht nicht so. Vielen Dank.